Schaut euch diese tollen gedrehten Baguettes an. Die sind ganz einfach und richtig lecker. Außen ganz knusprig. Ich zeige euch wie. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. So, heute gibt es nicht nur ein Rezept, sondern gleichzeitig einen Test. Ich habe hier ein Hefewasser aus Knoblauch und Oregano. Das ist ganz frisch, also noch nicht viel mit Triebstärke. Und da ging es jetzt einmal darum, kaltes Hefewasser gegen warmes. Fangen wir mal an. Das Rezept findet ihr unter diesem Video. Ich habe hier jetzt mein Dinkelmehl und gebe ein bisschen Kräutersalz und Salz hinzu. So, ganz wenige Zutaten, ganz einfach. Und hier habe ich mein Knoblauchhefewasser, das direkt aus dem Kühlschrank kommt. Das ist also eiskalt. Dann füge ich noch ein bisschen kaltes Wasser hinzu. 200 Milliliter. Und das war schon an den Zutaten. Ab damit in die Küchenmaschine. Wichtig, wenn ihr wie ich Dinkelmehl verwendet, dann bitte nicht mehr als fünf bis acht Minuten damit kneten. Denn Dinkelmehl hat wie Roggen ein schwaches Glutengerüst. Hier ist mein Teig mit dem kalten Hefewasser. Aber warum mache ich das überhaupt? Also, ich muss ja tatsächlich sagen, mein Hefewasser kommt immer direkt aus dem Kühlschrank. Ich mache mir da gar keine Gedanken drum. Aber in meiner Facebook-Gruppe gibt es eine Person, die gesagt hat, sie macht das immer einen Tag vorher aus dem Kühlschrank. Und darüber habe ich mich gewundert und gedacht, naja, es dürfte ja gar keinen Unterschied machen. Aber nur weil ich das denke, heißt das ja nicht, dass es richtig ist. Also probieren wir das jetzt einmal aus. Hier, wie gesagt, das kalte Hefewasser. Ich werde das nochmal eben mit einem Post-it markieren. Und wir werden das mit dem gleichen Hefewasser, was jetzt einen Tag vorher rausgenommen wurde aus dem Kühlschrank, mal wirklich testen, wer hat recht, was funktioniert besser. Also, hier gieße ich das frisch ab, dass ihr das sehen könnt. Und nachher habe ich nochmal einen richtig guten Tipp. Das kommt aber später. So, 100 Milliliter Hefewasser. Wieder die gleiche Menge Mehl. Allerdings habe ich jetzt hier einfach die gleiche Schüssel genommen. Gebe das Hefewasser hinzu. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nicht wisst, wie das funktioniert, schaut mal oben rechts. Da verlinke ich euch eine hilfreiche Playlist. So, Kräutersalz, Salz hinzu. Dann hier auch nochmal eben das Wasser. Und auch dieses Gemisch geht ab in meine Küchenmaschine. Fünf bis acht Minuten ungefähr. Und ich bin schon wirklich gespannt. Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das macht. Lasst ihr euer Hefewasser immer vorher noch ein bisschen Raumtemperatur bekommen? Oder macht ihr es wie ich, dass ihr es direkt aus dem Kühlschrank holt? So, hier habe ich jetzt das warme Hefewasser. Und auch das gebe ich in eine Box. Und ich zeige euch gleich mal beide Gefäße. Und auch, dass ich das natürlich markiere. Hier habe ich meine längliche Pyrex-Form. Wenn ihr mal wissen wollt, mit welchem Equipment ich arbeite, schaut unter diesem Video. Da findet ihr alles verlinkt. Und wenn ihr darüber etwas kauft, unterstützt ihr mich hier mit meiner Arbeit. Und dadurch gucke ich, dass ich natürlich noch viel bessere Videos für euch mache. So, warm. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Das Post-it muss drauf. Dann habe ich hier noch die andere Variante, kalt. Also maximal fünf Minuten früher ist das hergestellt worden. So, und hier ist noch mein Tipp. Ich habe ein bisschen von dem Hefewasser genommen mit den Knoblauchzehen. Das gebe ich jetzt in meine Gewürzmühle. Funktioniert natürlich auch mit einem Pürierstab, Zauberstab, mit dem Smoothie Maker. Und wenn ihr da diese Knoblauchzehen, die ja fermentiert wurden, in dem Hefewasser verwendet und das mit in den Teig gebt, dann habt ihr noch einen viel besseren Geschmack. Ja, ich habe das schon bei Pizza ausgetestet. Richtig lecker. So, hier habe ich aber erst einmal meine Teige. Das ist jetzt ein paar Stunden später. Ich habe das abends gemacht. Und bin ich davon ausgegangen, ja, zwölf Stunden später maximal, dann kann ich loslegen, die leckeren Baguettes zu machen. Ja, aber was ist denn das? Ja gut, ein bisschen aufgegangen sind sie schon. Aber für mich war das sehr erstaunlich. Ich bin da natürlich ein bisschen verwöhnt, weil mein Hefewasser schon älter ist. Woran liegt das? Ja, ganz klar, Zeit. Der Teig braucht manchmal mehr Zeit, vor allem wenn es ein frisches Hefewasser ist oder das wurde noch nicht so häufig aufgefrischt. Gebt dem Teig einfach bis zu 24 Stunden und dann habt ihr dieses Ergebnis. Genauso wollen wir das haben. Das heißt, wir können jetzt mit dem Rezept und unserem Experiment weitermachen. Ich werde hier mal eben kurz gucken. Jetzt habe ich hier den warmen Teig. Gott sei Dank habe ich die Post-its. So, der Teig sieht schon richtig gut aus. Ich drücke mal rein, der ist ein bisschen klebrig. So, ich werde aber jetzt erst einmal den kalten verwenden. Nicht, dass ihr euch wundert, ich bin nicht durcheinander gekommen, sondern ich habe euch nur die andere Schale gezeigt. So, und da falte ich das jetzt ein bisschen, damit hier auf der Außenhaut Spannung kommt und ich nochmal die Luft dabei aber drinnen lasse. Also ganz vorsichtig bemehlt die Arbeitsfläche, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ein bisschen klebrig ist er halt. Aber die Baguettes lassen sich super einfach formen. Gerade für diejenigen, die mit so einem Jabata Baguette, was ja wirklich sehr schwierig ist durch diese Falt- und Stretch-Technik. Das ist wirklich ganz klasse für diejenigen, die entweder keine Lust oder keine Zeit haben, da so ein bisschen Wert drauflegen. Das soll schnell und einfach gehen. Dafür sind die perfekt. So, ich muss mich noch ein bisschen korrigieren, die eine Teighälfte war noch ein bisschen wenig. Das macht aber nichts, das funktioniert alles ganz gut. So, vier Stück. Ihr könnt auch nur zwei Baguettes machen, wenn die so lang wie ein Backblech sein sollen. Ich wollte so vier kleinere machen, damit ich sie so querlegen kann und so konnten die auch wirklich gut gegessen werden. Ich falte sie jetzt hier nochmal so ein bisschen. Lege sie dann zur Seite, lass sie nochmal so ein paar Minuten ruhen. Vielleicht so circa zehn Minuten. Und in der Zwischenzeit kann man ja schon mal den Ofen vorheizen, beziehungsweise auch nochmal eben alles vorbereiten. So ein bisschen falten, zack. Ja, das sieht auch gut aus. Von jeder Seite etwas, das heißt, ihr bekommt auch außen so eine schöne Fläche. Vergesst nicht das Mehl, das ist ganz wichtig. Und während ich das mache, möchte ich Danke sagen. Danke an allen, die hier immer beteiligt sind, mir neue Ideen geben und auch immer irgendwelche Fragen haben. Ich freue mich riesig, die Videos für euch zu machen. Und auch danke an meine Mitglieder. Toll, dass ihr da seid und mich unterstützt, damit die Videos immer bessere Qualität bekommen. Und das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. So, das fertige Baguette drehe ich ein bisschen, ziehe es dabei in die Länge. Passt ein bisschen auf, dass es dabei nicht reißt. So und jetzt werde ich mich um das warme Hefewasser-Projekt kümmern. Da seht ihr, ich habe mich nicht vertan. Also hier ist da der Teig und auch der wird jetzt nochmal eben ein bisschen geformt. Alles muss mit dabei kommen. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr davon sehen möchtest, gib mir einen Daumen hoch, lass gerne einen Kommentar da und vor allem abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass du immer informiert wirst, sobald ein neues Video wieder da ist. Bei mir ist es ja derzeitig so, dass meine Videos montags, mittwochs, freitags um 19 Uhr kommen. Das kann sich aber sicherlich vielleicht auch nochmal ändern, wenn da eure Wünsche auch nochmal anders sind. So, ich habe hier wieder mein schönes, kompaktes Päckchen. Und dieses Mal teile ich es zuerst in der Mitte durch, damit es mir ein bisschen gleichmäßiger gelingt. So, dann das jeweils noch halbieren. Und ihr seht, es ist wirklich total einfach. Und das Gute ist, ihr könnt die auch einfrieren. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe ja acht Stück insgesamt gemacht. Und einige haben es tatsächlich geschafft und wurden nicht aufgegessen. Das fiel uns aber tatsächlich sehr schwer, weil die sind richtig lecker. Und das Tolle ist, wenn ihr halt mehr macht und die einfriert, wenn es dann mal schnell gehen soll und ihr zum Beispiel grillt, dann habt ihr immer Vorräte da. So, hier bei den Baguettes mit dem warmen Hefewasser habe ich die einfach ein bisschen anders geformt, aber gedreht genauso. Einfach eine andere Variante. Das Ergebnis ist da aber kein Unterschied. So, hier ist die erste Charge mit dem kalten Hefewasser, hier die mit dem warmen. 240 Grad Ober- und Unterhitze mit einer Schale Wasser und ich besprühe sie immer nochmal beim Hineinschieben. Dann nochmal bei 220 Grad Ober- und Unterhitze nochmal für 15 Minuten. Wie vorhin schon erwähnt, alles steht nochmal unter diesem Video ausführlich. So, und jetzt wollen wir mal wissen, gab es denn jetzt tatsächlich einen Unterschied zwischen kalten und warmen Hefewasser? Was meint ihr? Ich finde tatsächlich beim Aufgehen das mit dem warmen Wasser ist vielleicht so ein bisschen mehr aufgegangen. Aber was ist mit dem Backergebnis? Tja, das zeige ich euch gleich, ich werde sie nochmal richtig aufschneiden. Aber guckt mal hier, die sind so lecker, wirklich fantastisch, nicht nur zum Grillen. Wir hatten die sogar mal als Brötchenersatz genommen, also fantastisch. Na gut, aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich zeige es euch jetzt, im Anschnitt die Unterschiede. Ich habe hier rechts ein Baguette mit kaltem Hefewasser. Das mit der Form liegt einfach nur daran, das war ich, und links das mit dem warmen Hefewasser. So, beide schneide ich jetzt einmal auf und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis ist. So, das ist immer der spannendste Moment, wenn ich Kuchen aufschneide oder so ein Brot oder Baguette hier. Das sieht doch richtig schön aus von der Porung. Und das Gleiche machen wir jetzt einmal mit dem Baguette mit dem warmen Hefewasser. Und wie ist eure Meinung? Was haltet ihr von dem Test und dem Rezept? Auf dem Bildschirm zeige ich euch noch viele weitere Rezepte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Liebe Grüße, eure Emma.